Jo, servus heute und herzlich willkommen zurück zu einer, naja, eigentlich nicht herzlich willkommen zurück, sondern willkommen zu einer Map-Vorstellung. Die Map heißt Sky Dreams und die habe ich mit Marcel, also mit Ahain Hunter zusammen, ähm, ja, gebaut. Es ist so ähnlich wie Sky Block, aber auch ein bisschen anders. Die Aufgaben sind, ja, zum Beispiel Cobblestone Farm, also bauen eine Cobblestone Farm oder bauen ein Haus, sowas in der Art. Und derzeit gibt es die Map noch nicht. Die Map kommt dann, äh, ja, nächste Woche, also kann man sich dann in Minecraft-Form runterladen und in Minecraft-Form werden dann auch, ja, die ganzen Aufgaben, ja, nicht verlinkt, sondern, ja, stehen dann dort. Und, ja, dann hoffe ich, dass euch die Map gefällt und falls ich sie jetzt spielen soll, ja, dann schreibt es in die Kommentare und, ja, dann hört man sich bei den anderen. Oder andere Netzbasis. Ciao Leute.